Ich vertrete die These, 85% von Liebe sind berechenbar. Und 85% von Liebe kann jeder erreichen. Was heißt das? Wie berechenbar? Was berechnest du da? Naja, wie soll ich sagen, wenn ich wildfremden Menschen kennenlerne, sagen wir, ich lerne 100 Menschen kennen, 85% kann ich dazu bringen, dass sie mich theoretisch nach einer Zeit sehr lieb haben können.